Gottes Kinder und Teufelsbrut. Das sind sozusagen heute die beiden Gruppen, um die es in der Lesung geht. Das lässt sich relativ einfach sagen, aber es ist sehr, sehr kompliziert. Wir müssen sehr genau auf die feinen Worte, die der Apostelwelt achten. Denn wenn man es so sagt, es gibt sie, die Teufelsbrut und es gibt die Gotteskinder. Es gibt Gott und den Teufel. Es hat in der Christentumsgeschichte viele, auch gelehrte Männer gegeben, die dieser Versuchung nachgegeben haben, sozusagen zwei Welten, zwei sich widerstrebende Welten anzunehmen, zwei Prinzipien, das Gute und das Böse, gleichwertig. Das eine hat Gott zum Ursprung, das Gute, das andere hat den Teufel zum Ursprung. Wir wissen schon aus dem Weihnachtsevangelium am Beginn, dem Prolog, den wir jetzt mehrfach gehört haben, wie sorgfältig der Apostel seine Worte wählt. Dieses Wort, von dem die Rede ist, ist enarche, im Anfang. Der Teufel sündigt abarche, sagt er, von Anfang an. Und der Apostel mag an diese sehr weisheitgetränkte Geschichte im Paradies denken. Die Verführung der Ureltern. Das Böse, das sich im Menschenbahn bricht beim Brudermord an Abel durch Kain und von dieser Stunde an immer wieder neu, eigentlich in jeder Sekunde. Was heißt das? Wer so tut, stammt vom Teufel ab. Und was heißt es dann? Der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Denn wer von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm ist. Na, können wir einpacken. Wir sündigen alle. Warum bietet die Kirche Beichte an? Wie ist das? Also ist Gottes Same nicht in uns. Nicht wirksam. Man muss es sehr sorgsam unterscheiden. Auch der Protestantismus in einigen Ausformungen neigt dazu, sozusagen die Rechtfertigung der Same durch den Samen Gottes ist so, dass ein Christ eigentlich gar nicht mehr sündigen kann. Ja, eine schöne Theorie klingt gut, aber schön wär's, oder? Ist wenig realistisch. Die Welt ist leider voll von sündigen Christen und wir gehören dazu. Auch hier ist eine sehr feine und sorgfältige Unterscheidung nötig. Der Same Gottes, dieser, wie die Väter sagen, dieser Logos Spermaticos, dieses von Gott eingepflanzte Wort in Christus, ist wirksam und kann immer wirksam sein. Was die Väter später mit dem mit dem Charakter Indelibilis, der Taufe, bezeichnen? Da ist etwas in uns geschehen, das niemand mehr wegnehmen kann. Also auch der Teufel nicht. Aber was bedeutet dann das Wort, wer die Sünde tut, stammt vom Teufel? Es ist ein umgekehrter Adoptionsprozess. Als Gottes Kinder sind wir von Gott unwiderruflich angenommen. Wenn wir sündigen, tun wir aber das Umgekehrte, eine umgekehrte Adoption. Wir wählen den Teufel zum Vater. Wir als Kinder, als Gottes Kinder, wählen den Teufel zum Vater. Manchmal für einen Augenblick, manchmal für eine längere Periode, aber immer ist es so. Dabei sollten wir versuchen, uns immer wieder herauszuarbeiten, nicht dank eigener Kraft oder eigener Anstrengung oder Frömmigkeitsleistung, was auch immer. Der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also inne zu werden, welche Kraft in uns steckt durch Christus, was er in uns bewirkt hat. Er, der vor allem Anfang ist. Er Gottes unwiderrufliches Wort, auch der Erwählung und der Treue. Und das führt dann erneut hin zur Bruderliebe. Wenn wir diesen falschen Vater, den Vater der Sünde, wie Johannes ihn einmal nennt, wie Jesus ihn einmal im Johannes-Evangelium nennt, wenn wir den hinter uns lassen, wenn wir ihn verachten lernen, missachten lernen. Er hat keine Bedeutung. Er ist ein Nichts. Je mehr wir das verstehen, sind wir wahre Gotteskinder und wir merken, dass wir von Gott stammen. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Die nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.